Die DHV News vom 18. Juni 2021. Berliner Justizsenator beantragt Legalisierung im Bundesrat. Kölner Zoll beschlagnahmt 147.600 Hanfsamen. Herzlich willkommen bei den DHV News. Erste kleine Nachricht. Unser Online-Shop ist wieder ein Online-Shop. Der war ja jetzt ganz lange offline und kein Online-Shop. Und alle haben gefragt, wann ist er denn wieder online, euer Online-Shop? Jetzt ist er wieder online. Ihr könnt wieder fleißig bestellen. Ist auch schon einiges wieder rausgegangen hier. Eine Woche sind wir schon wieder im Betrieb. Und dann könnt ihr jetzt nochmal eure Normalbestellungen, die ihr schon so lange auf eurer Merkliste und Wunschliste und Warteliste habt, schon mal abarbeiten, bevor dann demnächst irgendwann auch unsere Kampagne für dieses Jahr richtig losgeht. BTV 21, Bundestagswahl. Da wollen wir natürlich ran und Richtung Wahl, Richtung heiße Wahlkampfphase, werden wir da noch einiges bringen. Genauen Zeitpunkt verrate ich noch nicht. Aber diejenigen, die sowieso was bestellen wollen, können das jetzt schon mal machen, damit wir keinen riesigen Stau haben nachher. Gut, kriegen wir auch hin, ja, aber können wir ein bisschen verteilen. Ja, so. Nächster Punkt, kleiner Videotipp. SWR 3, die haben einen Faktencheck-Sender sozusagen. In der Homepage auch, auf YouTube auch ein Sender, der so heißt, Faktencheck. Und die haben sich mit dem Thema beschäftigt, ist Cannabis schädlicher als Alkohol? Finde ich sehenswert. Wollte ich mal empfehlen. 13 Minuten ist das Stück lang. Und ganz gut recherchiert, finde ich. In dem Zusammenhang auch interessant, ja, alle, die sich ein bisschen wissenschaftlich mit den Themen befassen und mal recherchieren und so weiter, kommen am Ende zu ähnlichen Ergebnissen. Das ist ja das Nette an Wissenschaft, ja, ist reproduzierbar. Und im Grunde ähneln die Ergebnisse sehr, auch dem, was wir auf Cannabisfakten.de im letzten Jahr akribisch zusammengetragen haben, dokumentiert und verlinkt mit Quellen und so weiter. Guckt euch das Video mal an, 13 Minuten. Oder wenn ihr noch irgendwen überzeugen wollt, Oma, Opa und so, könnt ihr auch damit mal versuchen. Zum ersten richtig großen Thema, ist eigentlich das allergrößte Thema, was ich heute habe hier, ein weltweit Thema sozusagen. Es geht um den internationalen Strafgerichtshof. Diejenigen von euch, die noch andere Nachrichten gucken als die hier, haben in letzter Zeit wahrscheinlich davon gehört, weil der internationale Strafgerichtshof gerade in den Medien war mit der Verurteilung von Ratko Mladic, der halt Gröllentaten begangen hat im Jugoslawienkrieg und als Völkermörder jetzt im Prinzip zur lebenslänglichen Haft verurteilt wurde. Ein Beispiel dafür, wie eben auch eine internationale Gerichtsbarkeit so langsam in Fahrt kommt. Ein gutes Beispiel, wie vereinte Nationen sozusagen gemeinsam irgendwie was Sinnvolles machen können. Ja, und dieser internationale Gerichtshof hat jetzt die Philippinen in den Blick genommen und den da regierenden Herrn Duterte, der ja seit vielen Jahren einen Krieg gegen Drogen ausgerufen hat und ja, im wahrsten Sinne des Wortes den auch durchführt, den Krieg mit tausenden von Toten, die irgendwie von polizeisch verdrohen ohne Urteil oder Gerichtsverfahren oder sonst wie einfach erschossen werden auf der Straße. Also eine riesen Schlechterei, die da veranstaltet wird und Duterte steht ja auch eigentlich dazu. Der ist da gnadenlos irgendwie und meint, der wäre der harte Mann, der jetzt da aufräumt und so. Und der soll jetzt eben angeklagt werden. Jedenfalls will das die Chefanklägerin machen, offizielle Ermittlungen erstmal. Bisher gab es noch Vorermittlungen, da haben sie öffentliche Quellen so ein bisschen zusammengetragen. Was macht der denn da? Und meinen, das reicht im Prinzip, um da jetzt offizielle Ermittlungen und weitere tiefergehende Recherchen anzustellen und so und ihn dann vielleicht irgendwann anzuklagen. Ob dieser Prozess wirklich in Gang kommt, ist jetzt noch nicht ganz klar. Philippinen werden sich auf jeden Fall verweigern. Die sind schon ausgetreten aus diesem Vertrag für den Strafgerichtshof, den internationalen, der da eben dafür geschmiedet wurde, dieser Vertrag. Als sie gemerkt haben, dass da gegen den ermittelt wird, sind sie schnell ausgetreten, ja, von wegen, wir haben keinen Bock da angeklagt zu werden. Aber die sind trotzdem zuständig, weil es eben auch um Taten ging, während sie noch Mitglied waren und von daher kann trotzdem die Ermittlung weiterlaufen. Ob sie den am Ende kriegen oder nicht, ja, wird man dann sehen. Aber es ist, ich fand es bemerkenswert auf jeden Fall, dass das überhaupt Thema ist bei so einem internationalen Strafgerichtshof, dass einer, ein Staat im Prinzip wegen Drogenvergehen gegen offizielle Dealer sozusagen, ja, auch wenn dann auch ganz normale Konsumenten bei waren oder irgendwie Nachbarn von Polizisten, die ihr Laub auf dessen Grundstück haben fallen lassen, wie auch immer. Auf jeden Fall sind da viele Leute ermordet worden und im Namen des Drogenkrieges. Und es gibt ja jede Menge Staaten, die das machen, wie Saudi-Arabien oder Todesstrafe für Drogenvergehen und so weiter, ja. Das ist die Frage, wo ist die Grenze, ja. Auf jeden Fall, die Philippinen sind ein dramatisches Beispiel dafür, wie so ein Krieg gegen Drogenkonsumenten eskalieren kann. Und da kümmert sich der Strafgerichtshof drum. Ich fand es prima. Der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt hat angekündigt, dass er bei der Justizministerkonferenz der Bundesländer diese Woche die Legalisierung von Cannabis beantragen will. Also, dass im Prinzip dann über den Bundesrat die Bundesregierung beauftragt wird, da entsprechend auf Bundesebene Gesetze zu ändern. Der Bundesrat ist ja im Prinzip die Vertretung der Landesregierungen. Insofern der richtige Weg für einen Landesjustizminister. Ich weiß leider nicht, was dabei rausgekommen ist bisher. Vielleicht bis die Sendung hier online geht, weiß man es schon. Aber es wird sicherlich abgelehnt, ja. Ich würde keine Mehrheit finden. Da ist eigentlich klar wie Kloßbrühe. Die Frage ist nur, wie viele Bundesländer und welche Bundesländer haben dafür gestimmt, haben dagegen gestimmt und so weiter. Das ist nochmal spannend. Und vor allen Dingen gut, dass es halt überhaupt immer wieder solche Initiativen kommen. In letzter Zeit wirklich ja tatsächlich häufig, gerade auch über den Bundesrat. Bremen zum Beispiel mit einer Initiative für Cannabis-Modellprojekte. Und ja, auch nicht nur einmal. Bremen hat das zweimal gemacht. Und ja, je mehr da auch auf der Ebene im Bundesrat diskutiert wird, desto besser. Und tatsächlich gibt es auch nach und nach langsam steigende Zustimmungen, wo man dann auch, ja, im Prinzip hochrechnen kann. Ja, irgendwann ist die Mehrheit da und der Widerstand gebrochen. Und kommen wir nochmal zu Bremen. Ja, da gibt es einen Autor, Hans Cousteau bei der Taz Drogerie, der da immer über Drogenpolitik schreibt und immer tolle Zahlenkolonnen da zusammenschreibt. Ich habe da immer Spaß dran. Der macht seine Arbeit und findet Korrelationen in den Zahlen. Und unter anderem hat er den Repressionskoeffizienten dann immer am Wickel und guckt, wie viele Strafverfahren werden denn zu bestimmten Drogen, zu Cannabis oder nur gegen die Konsumenten oder gegen alle und so weiter, pro Einwohner, pro 100.000 Einwohner zum Beispiel, in verschiedenen Bundesländern gemacht. Und bricht das dann runter und hat dann seine Repressionskoeffizienten und kann dann sagen, okay, in dem Bundesland wird sehr viel Polizeiarbeit reingesteckt, da irgendwelche Drogenkonsumenten zu finden, Cannabiskonsumenten in dem Fall, bei dem Artikel, den er da geschrieben hat. Weil das sind ja Kontrolldelikte. Das ist ja nicht so, dass dann diese Strafverfahren angezeigt werden, wie Fahrraddiebstahl oder so, wo man da sagen kann, okay, je mehr Fahrraddiebstähle angezeigt werden, desto mehr Fahrraddiebstahl ist da auch. Sondern bei den Drogendelikten, gerade Konsumentendelikten, ist es ja so, die Polizei muss die suchen. Sagt die Polizei selber auch, diese Zahlen sind Ergebnis des Fahndungsdrucks. Also wie viel Fahndungsdruck ist da auf die Konsumenten? Und das war letztes Jahr schon überraschend, wo man immer sagt, oder hier ja auch in den Nachrichten, weil bei mir immer von Bayern die Rede ist, Wahnsinnsverfolgung von Cannabiskonsumenten, andauernd irgendwelche Kontrollen, härteste Strafen und so weiter in Süddeutschland. Aber siehe da, letztes Jahr war Hamburg Spitzenreiter bei diesem Repressionskoeffizienten. Überraschend. Und dieses Jahr war es wieder überraschend, nämlich Bremen. Bremen ist ja eins eigentlich der fortschrittlichen Bundesländer im Moment mit einer Koalition, die wirklich vorwärts machen will, die pro Modellprojekte eingestellt ist, die pro Endkriminalisierung ist, die eigentlich auch ans Thema Cannabis und Führerschein ran will, was kompliziert ist. Aber ja, immerhin eigentlich für eine fortschrittliche Koalition und dann auf einmal so besonders viel Repression gegen Cannabiskonsumenten. Ich habe überlegt, ob ich es reinnehme in die Sendung hier, weil es gibt einen kleinen Haken dabei. Da sind Altfälle dabei. Die haben irgendwie 2020 ein paar Praktikanten oder angehende neue Mitarbeiter auf jeden Fall, die da mal hingesetzt wurden und massenhaft alte Fälle abgeräumt haben. Das hat die Statistik beeinflusst. Ich glaube aber nicht, dass das ausreicht, um zu erklären, wieso die mit Abstand auf Platz 1 gelandet sind. Vielleicht hätten sie Platz 2 geschafft oder so ohne diese Altfälle und wären da nicht ganz so hervorgestochen an der Spitze. Aber garantiert hat die das nicht von ganz unten nach ganz oben katapultiert. Das wäre schon ziemlich merkwürdig. Also Bremen hat einen hohen Repressionskoeffizienten. Und warum bringe ich jetzt doch, wenn ich eigentlich überlegt habe, das sind die Superhelden schuld. Ja, die Superhelden sind bei mir zu Hause immer mal Thema. Verschiedene Filme und Serien und so weiter. Ja, geht es immer mal drum, welcher Film da besser ist und schlechter. Superhelden spielen eine Rolle in meinem Leben. Und gerade in der letzten Ausgabe der DHV-News haben ganz viele von euch irgendwas über Superhelden in die Kommentare geschrieben, weil ich ein Superhelden-Jackett anhabe oder so ähnlich. Und dadurch, ich dachte, alle, die irgendwas von Super hören, denken an Superhelden. Habe dann getwittert, anstatt eigentlich das in die News zu nehmen. In Bremen, was da los? Ja, super hoher Repressionskoeffizient. Super Kirsten, Kappert-Gonther, bitte mal aufräumen da. So Superhelden-Hilfe-mäßig. Aber ich muss zugeben, da habe ich nicht gut formuliert. Das kann man falsch verstehen von Super Kirsten, kannst du mal aufräumen da. Ja, die kommt ja aus Bremen. Kirsten Kappert-Gonther ist einer unserer wichtigsten Fürsprecher und Alliierten im Bundestag. Eine derjenigen, die sich besonders für unsere Rechte einsetzt, für die Legalisierung von Cannabis und das vorher auch in Bremen schon getan hat. Ja, deswegen bringe ich das hier nochmal um. Jedem Letzten, der diesen Tweet gesehen und falsch verstanden hat, nochmal zu erklären, nein, es sind nicht die Grünen schuld und es ist nicht Kirsten Kappert-Gonther schuld. Das sind höchstens die, die da irgendwie dagegen halten. Es geht um den Innenminister logischerweise, der ja zuständig ist für die Polizei und für die Frage, wie engagiert verfolgen die, welches Thema. Und der heißt Ulrich Meurer, dieser SPD-Innensenator und ist schon bekannt dafür seit vielen Jahren, dass er im Prinzip da jede Reform bremst in Bremen. Denn die SPD selber geht eigentlich auch da mittlerweile einigermaßen. Aber dieser Ulrich Meurer als Innensenator ist der harte Hund, der dann auch in früheren Koalitionen dann auch schon mal fein war und ja komplett ausgebremst hat und immer bekloppte Argumente bringt und so weiter. Ja. Und entsprechend hat Hans Gustov von der Tratzdrogerie die stachelige Distel, die er da jedes Jahr vergibt, für den höchsten Repressionskoeffizienten vom Hamburger Kollegen an Ulrich Meurer von der SPD weitergereicht. Also möge Bremen im nächsten Jahr endlich auch zahlenmäßig Frieden machen mit den Handfreunden in Bremen und ganz am Ende der Tabelle landen und möge Hans Gustov noch viele Jahre den Repressionskoeffizienten ausrechnen. Und vielleicht kriegt Bremen noch was geregelt in Sachen Cannabis und Führerschein. Das wäre natürlich auch klasse. Kennst du das auch? Du bekommst immer wieder schlechtes Gras, gar kein Gras oder sogar gestrecktes? Bei einer Legalisierung könntest du jetzt in dein schönes Geschäft gehen, dich beraten lassen und dir eine Sorte aussuchen. Oder gleich im Garten selbst anbauen. Quasi Bio. Du hast den Schwarzmarkt und die Probleme satt? Und willst endlich legales Gras? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Schluss mit Krimi. Cannabis normal. Einfach online anmelden unter www.hanfverband.de unterstützen. Link in der Infobox. Der Kölner Zoll hat 147.600 Hanfsamen beschlagnahmt. Am Flughafen gefunden, deklariert als Atemmasken- und Werbeartikel. Da gab es ein Bild auch beim Artikel, den verlinke ich wie immer natürlich in der Videobeschreibung, wenn ihr auch mal diese Riesensäcke sehen wollt da mit Hanfsamen drin. Da wo man die Aufschrift sehen konnte, so kleiner Aufkleber stand drauf. Auto OG Kusch. Und das ist natürlich ein bisschen merkwürdig. In dieser Menge fragt man sich, wofür soll das jetzt gut gewesen sein? Wer bestellt sowas? Weil die kleinen Grower, die halt ein paar Pflanzen zu Hause haben, die können nichts mit 147.000 Samen anfangen. Und die Großen, die die Hallen vollstellen, die arbeiten normalerweise mit Steckklingen. Die brauchen auch jetzt nicht irgendwie 100.000 Samen. Wer ordert in Deutschland so eine große Menge OG-Kusch-Samen? Schreibt mir das in die Kommentare. Ihr könnt wild spekulieren. Ja, was ist da los? Was war das für eine komische Lieferung? Sind die überhaupt verboten, die Samen? Das ist natürlich jetzt nochmal auch eine interessante Geschichte. Das ist ein Riesenthema da gewesen in der Pressemitteilung. Zusammen mit einem riesen Exzessivfund hatten sie eben auch diesen riesen Hanfsamenfund und haben da voll aufgebauscht und so weiter. Und tatsächlich unter Umständen sind Hanfsamen verboten nach dem Betäubungsmittelgesetz. Einige, also es gibt nicht viele Substanzen, die im BTMG drinstehen, die gar nicht psychoaktiv sind. Ja, man kann die da, man kann eine ganze Tüte von diesen Samen, so einen Sack Samen da essen irgendwie und man kann sich damit nicht berauschen. Super gesundes Öl da drin, dann wird ja auch aus den Samen auch gepresst. Also wieso ist das überhaupt eine Droge? Ja, und das ist halt so definiert, dass man sagt, die sind dann illegal, wenn sie zum illegalen Anbau bestimmt sind. Also deswegen kann man die auch im Bioladen kaufen und dann müssen die tun und so. Das ist dann ein Nutzhanfsamen, selbst wenn man die anbauen würde, käme da auch nichts bei raus, THC-mäßig. Und eine der Regeln, wie das dann definiert wird, ob die jetzt illegal sind oder nicht, ist, ist, dass eine abzählbare Menge, die da verkauft wird oder versandt wird. Ja, weil normalerweise finden die dann eben von ausländischen Samenbanken so Zehnerpacks oder so, ja, wo ganz klar ist, okay, das sind jetzt keine Knabberhanfsamen für Müsli, wenn einer zehn Samen irgendwo bestellt, dann muss das ja für den illegalen Anbau gedacht sein. So ist die Denke dabei. Und was machen die denn jetzt hier, ja, bei so einem Riesensack bei 147.000 Samen? Die haben so mit Sicherheit nicht alle einzeln gezählt, sondern abgewogen oder so. Das ist also keine abzählbare Menge. Wofür ist das eigentlich gedacht? Mal gucken, ob jetzt die Angeklagten da, die Beschuldigten da noch irgendwie rauskommen aus der Nummer. Atemschutzmasken, das sind jedenfalls nicht. Damit können sie sich nicht rausreden. Das ist natürlich auch super dubios und verdächtig. Allein deswegen könnte man schon annehmen, weil du sagst, das sind Atemschutzmasken, muss das ja zum illegalen Anbau bestimmt gewesen sein. Naja, mal sehen, was der Prozess da noch wieder für komische Kapriolen schlägt. Überschriften jedenfalls teilweise, die ich da heute gelesen habe, waren komplett unsinnig, wie beim RND zum Beispiel. Zoll entdeckt, Rekordmenge Ecstasy und Cannabis am Flughafen Köln-Bonn. Rekordmenge Cannabis. Super. Cannabis und Führerschein. Nochmal ein ganz anderes Thema, ein Fundstück aus dem Newsletter der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin, wo Dr. Franjo Grotenherm aus dem Nähkästchen plaudert, bestimmte Fälle von seinen Patienten im Vorwort des Newsletters erzählt. Ein paar andere interessante Sachen waren auch wieder bei heute. Und da hat er einen Patienten dabei gehabt, den er in der Behandlung hat. Der ist durch die MPU gefallen. Ich zitiere, weil die Prüfer der Auffassung waren, dass eine Cannabis-Therapie im konkreten Fall nicht indiziert sei, dennoch weitere Standard-Therapie-Verfahren durchgeführt werden könnten. Also das ist tatsächlich eine neue Dimension. Ja, wir kennen alle möglichen Probleme, die man immer noch haben kann als Cannabis-Patient mit dem Thema Führerschein. Auch wenn ganz offiziell dann von den Ministerien immer kommt, ja, wenn die Leute halt gut eingestellt sind, nach ein paar Monaten Toleranz aufgebaut und die fühlen sich fit, dann dürfen die fahren. Ja, das ist eigentlich eine klare Ansage. Trotzdem andauernd irgendwelche Probleme in dem Zusammenhang. Es muss natürlich auch so sein, dass man zum Beispiel keine Krankheit hat, die selbst irgendwie dann die Fahrtauglichkeit einschränkt. Aber jetzt ganz neue Nummer. Die MPU soll klären, ob jemand, ja, trennen kann zwischen Fahren und Konsum und so weiter oder eben, ob ein Cannabis-Patient meinetwegen dann weiß, wie er wirklich standardisiert konsumiert. Ja, ob der einen Tag 3 Gramm und einen Tag ein halbes Gramm konsumiert, dann funktioniert das natürlich nicht mit der Toleranz und so, mit der gleichmäßigen Einstellung, sondern, ja, ob der sagt, morgens, mittag, abends 0,1 Gramm aus dem Vaporizer, genau Uhrzeit und so. Ja, sowas kann dann ein Prüfer vielleicht mal prüfen oder ob irgendwie ein zusätzlicher Missbrauch stattfindet oder so. Ja, aber so ein MPU-Prüfer natürlich nicht zu prüfen, ob korrekterweise kann er, bis er als Medizin da verschrieben wurde oder nicht. Er ist ja kein Arzt. Und allein das ist schon unsinnig. Und zweitens ist ja auch so, dass diese Austherapiertheit, die da bemängelt wird, ja, von wegen, er hätte ja noch andere Medikamente nehmen können, andere Standardverfahren, bevor er Cannabis kriegen kann. Das gilt ja nur für Leute, die die Erstattung von der Krankenkasse haben wollen. In anderen Fällen ist die Regel mit der Austherapiertheit ja gar nicht gültig, ja. Also ohne Erstattung durch die Krankenkasse muss weder eine schwere Erkrankung vorliegen, eine schwerwiegende, noch müssen die Leute austherapiert sein. Da weiß nur keiner, ja. Also in Medien steht ja immer was anderes und selbst die Ärzte kann man erzählen immer was anderes und so, aber im Gesetz steht das eben so, ja. Und die MPU-Leute haben natürlich keine Ahnung davon. Und Franjo Grotenherm schreibt eben, dass das eben nicht zum ersten Mal passiert. Und ja, die MPU-Prüfstellen immer anmaßender sich irgendwas aus den Fingern saugen, warum die Leute jetzt durch die MPU fallen. Bedenkliche Entwicklung wollte ich euch hier mal erzählen, die Story. Zum Schluss kommen wir wieder ein bisschen was zu spaßigem Grünzeug, sag ich mal. Ja, gleich zwei Fälle von Guerilla Growing hat es dieses Jahr gegeben. Spaßvögel, die vermutlich Nutzhanfsamen irgendwo durch die Gegend verteilt haben, die dann aufgegangen sind, gekeimt und gewachsen. Was illegal ist, nicht nachmachen. Aber der eine Punkt wurde berichtet aus Peißenberg in einem Kreisverkehr, der da ist. Wahrscheinlich ist ja gar nicht viel was anderes als ein Kreisverkehr. Ist relativ klein. In Bayern, ganzer Kreisverkehr voll mit Hanfpflanzen und Riesenaufregungen, Verwirrungen wie üblich. Und die Diskussion darüber, was ist schuld, wo kommen die Hanfpflanzen her und so weiter. Und die Diskussion, die wir seit Jahren immer wieder aus irgendwelchen Städten hören, ob denn die städtische Samenmischung daran schuld ist, die die Stadt eingekauft hat, um die Grünflächen zu begrünen. Und ich würde ja mal wetten, das war nicht die Samenmischung, sondern eben ein Guerilla Grower. Das gleiche bei der Bundesgartenschau in Erfurt. Da hat sich auch einer eingeschlichen und irgendwo da in der Pampa, da in irgendwelchen Außenbeetenbezirken, da scheinbar ist das ein ziemlich großes Gelände, wo nicht jeden Tag überall Tausende von Leuten dran vorbeilaufen. Deswegen wird eben auch geschildert, wie ein Vater mit seinem Sohn da diese Pflanzen entdeckt hat, natürlich sofort die Polizei gerufen hat, die dann die bösen Pflanzen weggemacht haben, an denen man sich natürlich nicht berauschen kann. Ja, Nutzhanfsamen, wie gesagt, niemand würde da wahrscheinlich potente Samen reinschmeißen. Oder ja, vielleicht genau, vielleicht war das der Grund, wieso die 147.600 Samen da im Zoll beschlagnahmt wurden, weil ein Guerilla Grower mal potente Samen durch die Gegend schmeißen wollte. Eine mögliche Theorie. Jedenfalls war der Zeitung in Erfurt da noch, dass eine Bemerkung wert, dass die Polizei 45 Minuten im Einsatz war, um gegen diese Hanfpflanzen im Buga-Beet zu kämpfen. Termine. Alles, was Hausgruppen-Termine. Ein Infostand zum Start in Mannheim am 19. Juni. Der Rest sind Online-Treffen und zwar in Oldenburg am 21. Juni, Heidelberg 22. Juni, Hamburg auch 22. Juni und Hamburg gleich nochmal am 29. Juni. Das waren die Termine. Liked dieses Video, teilt es in den sozialen Medien. Drückt die Glocke, nachdem ihr den Kanal abonniert habt und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen gehorsamen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.